Alter, du hast mich aber richtig im Griff. Ja, warte, warte, warte. Ich will dich mal richtig am Booty hochheben. Okay, okay. Take my... Warte, ich... 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 Ich gebe ihn dir. Hier. Warte. Wir kriegen sie... Okay. Bevor jetzt wieder alle sagen, das hast du nur von Max geklaut, Anna. Ja. Das haben Maxim und ich schon vor anderthalb Jahren gespielt. Er ist von uns geklaut. So. So. Rein. Rein in die... Olga! Oh mein Gott. Ich hab vor, ich würde wirklich nur Olga arbeiten, ne? Die würde jetzt ja sofort reinrennen und uns fissen. So. Warte, oh, warte. Und uns fissen. Also, wo ist das Brett hier entfernt? Brett Pitt. Mach es weg. Boop. Schaffst du es? Ja, I have it. I have it. I have it moved. Hi. Hi, guys. Hi, guys. Ich verspitte mir einen Kopf. Oh. Oh. So. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Schaff mal den Sprung, den schaff man niemals, oder? Okay. Warte, einfach mal probieren, oder? Oder der Baum hier, der Baum sieht... Oh ja, den muss man umhauen. Weißt du, was wir machen können? Wir können das Brett nehmen. Dann machen wir so eine VIP-Dings. Und du springst auf die eine Seite rauf und ich fall gegen den Baum und dann fällt er um. Also, wenn das klappt, gebe ich dir 10 Euro. Okay. Aber per Paypal, okay? Per Paypal, oder? Wieso? Oh, oh. Oh, was ist das? Wie du mich geweckt hast, ey? Aber sollt ihr uns runter? Nee, du baust es mal auf, okay? Ich betatsche dich einfach noch. Ja, okay. Nice. Nice spot. Oh, das sieht aber echt nicht schlecht aus. Hey, du hast es mit einem Move hingekriegt. Ja, jetzt hast du es ge... Oh, oder... Nee, geht noch einfacher. Weg mit der Kiste. Ja, weg mit der Kiste und ich spring da hinten drauf. Ja, genau. Was ist das? Ich muss mal ein bisschen ziehen hier. Ich hab... Oh, Scheiße! Oh, Hilfe! Ich halte dich. Ich halte euch meine physikale... Ich bin entspannt. Sei saustig, ich bin tot, ich bin tot. Ah, nee, warte. Prepare for anal contact. Ich bin ready! Ist das Game Public? Oh, mein Gott, es wird immer mehr! Mach die Tür zu, wir brauchen das Brett. Oh, Scheiße! Oh, no! Das Brett. Warte mal, ich stell mich vor die Tür? Ja, du stell dich vor die Tür. Ich höre das Brett. Du bleibst drin! Ich seh ihn! Ich hab's, ich hab's. Eine Hand. Oh, warte mal, meine andere Hand. Ah, Scheiße. Wer ist er ein? Wer ist er ein? Ich lass mir die Hand nicht hin. Du bleibst drin! Oh, nein, nein, nein! Nein, immer raus! Immer raus! Jetzt zur Zombie-Invasion. Ja! Du musst das noch ein bisschen hier auf der rechten Seite angehoben werden. Oh, mein Gott, ich bin der beste Spieler. Okay, gut. Irre! So, jetzt, sehr gut. Und jetzt muss er jetzt da oben das Loch zu machen. Schnell in die Kiste holen. Die dürfen da nicht raus. Schnell in die Kiste. Wir müssen nicht das Spiel versauen. Wir müssen nicht kommen in das Spiel. Oh, er will raus! Alle, hilf mir! Warum denn? Er kommt gar nicht auf so dein Leben klar. Er ist halt ein richtiger Zombie. Er hat gesagt, ey, 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 ich hab gesoffen. Du weißt, der ist der beste Plattformer Spieler. Axt kann mit einer Baum gefällt werden. Äh, ja, dieser Baum kann mit einer Axt. Axt kann mit einer Baum gefällt werden. Oh, der hat deinen Kopf. Hey! Hast du mal meine Freunde in Ruhe oder was? Alter, ich mach AKO. Out of nowhere. Warte mal, der da, der hat sie. Link hat sie. Oh, lol. Boah, du hast sie. Ja. Ich lass die nicht los. Ich lass die auch nicht los. Halt mich fest, Maxim. Halt mich fest. Ich hab dich, ich hab dich. Ich hab dich. Jemand sieht sie. Oh, scheiße. Okay, also, wir müssen jetzt Axtmann das machen lassen. Dieses GIF. Oh, das war ein One-Hit. Oh, lol. Sehr gut. Alter, hier bist doch Hip-Hop. Oh, nein. Nein, nein, nein. Was ist passiert mit dem? Oh, lol. Oh, Alter, der Hip-Hop-Ball ist grad richtig alt. So, warte, ich häng mich jetzt da dran und dann zieh ich das Ding mit meinen physikalischen Powerkräften runter. Oh, okay. Oh, hast du wirklich. Alter, da kommen noch mehr Leute raus. Da ist doch noch ein König oder so. Was ist ein König? So, jetzt mit gemeinsamen Kräften hier. Ja, wir müssen gucken, ob wir die ganzen Apes hier dazu kriegen, dass wir einfach gemeinsam mit uns zocken, ey. Alter, der Hip-Hop-Ball ist schon wieder. Kein einer das Ding fest. Oh, bleib hängen, bleib, er muss hängen bleiben. So, ich renne jetzt rüber, ich renne jetzt rüber, ich renne jetzt rüber. Yeah, oh, du hast es geschafft. Ich stelle auf zwei Spieler maximal. Oh, so. Soll ich mach mal hier Speedrun? Ich hab's, ja, ich seh's. Ich renne jetzt einfach dagegen. Oh, der Fär... Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ja, das läuft nicht zu viel. Oh, ja, oh, 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 der Batja! Alter, du hast Zeit. Oh, oh, oh. Ich weiß nicht, ob das zu gut ist, ob du da drin sein sollst. So, jetzt geht's. Warum ist das denn so ein Stück Käse? Das ist nicht Käse, das ist die glühende Kohle. So. So. Oh, lol. Oh, my God, du hast das Ding in Schwingung versetzt wie mein. Directly. Kommst du klar? Ich glaub, du kannst jetzt hier bei mir landen. Ja. Ja, geil, nice. Oh. Hi. Wir müssen diese Steine nehmen. Hier ist so ein Wagen-Ding. Wir müssen das da rein tun. Aber das Ding, oh, das fällt, das fällt. Ja, 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 ja. Ich will jetzt in das Loch da rein. Ich will auch rein in das Loch. Ich will in das Loch rein, Hase. Ah, das sieht goldig aus. Guck mal, das sieht aus wie so ein Bergwerk. Hier ist noch irgendwie so ein Berg. Oh, nee. Was ist los? Hey, warum hast du dich festgeholt, du dummes Sau? Dummes Sau. Okay, ich bin krass. Also, ich bin wirklich extrem krass. Du bist der Prinz of Persia, oder? Ja, ich reihe jetzt nicht so genau. Vielleicht auch nochmal zurück. Weißt du noch damals, als dieses gelbe Stück vom Himmel gefallen ist? Willst du das da rein tun? Ja. Weißt du noch damals, als dieses gelbe Stück... Vielleicht ist das so ein Ziffernblatt? Nee. Es ist nicht Hendoffblatt, es ist Ziffernblatt. Ah, ich weiß es jetzt. Jetzt weiß es. Jetzt muss ich, glaube ich, irgendwie mich daran festhalten und dann darüber schwingen, oder? Oh, ja. Und jetzt. Oh, ja doch. Ah doch, du stehst. Ja, 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 ja. Oh, es. Es ist lucky. Ich hab's nicht geschafft. Ah! Da gibt's Gold oder so, ne? Nein, noch ein Rätsel. Spannender wird's hier nicht mehr. Mit der Uhr. Ich hab auf sie gewartet. Also da oben ist das Gold, was wir suchen. Wir drehen an der Uhr, damit's 12 ist. Ja. Ja. Da ist es. Oh, wieso fällt's runter? Oh. Hast du's? Aua. Hast du's? Ja, ja. I'm a single lady. I'm a single lady. Oh, das ist gespeichert. Mach jetzt den Lörres da rein ins Loch. Ja, du hast mich distracted. Hase, du hast mich distracted. Oh, ja. Oh, ja. Das Ding wird hot. Jetzt geht's los. Oh, mein Gott. Ja, hier kommt's. Da ist der goldene Key zum Success, Allah. Alter, wir sind übel gut. Ehre. Ja. Oh, Hase, beim ersten Mal. Direkt rein. Direkt rein, ja. Ja. Ehre. Alter, wir sind übel gut. Ja. Bam. Ja, ist mal close. Oh. Okay, ich will damit fahren. Wuhu. Ich glaub, das war nicht... Oh, shit. Ja. Oh, das schaffen wir. Oh. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Gottsch. Ja, das müssen wir loslassen. Ich bin einfach heute geflogen. Karma schlägt so. Ich bin einfach gebrochen. Ja, wir schwingen jetzt gemeinsam. Au, Alter. Oh, was das denn? Wuhu. Alter. Das war synchron. Das war einfach so. Das ist B-Nute 10, Alter. B-Nute 10. Oh, ich hab Backflip gemacht. Ich hab Backflip gemacht. Ich hab Sprung verloren. Der Name ist... Wir wissen die ganze Zeit. Nein, weißt du, ich bin einfach entspannt. Ich hab Backflip gemacht. Ich dehn mich. Das ist der Rebirth Dap. In night. Ehe. Oh, warte. Lass mich mit. Lass mich mit. Lass mich mit. Lass mich mit. Hast du schon gedrückt? Ja. Wir brauchen Strom für den. Ja, hier oben ist noch so ein Haus. Oh, das ist so ein Generator. Generator. Oh, hier muss einer richtig, richtig kurbeln. Oh, ich kann hier ja mitdrehen. Hier müssen wir was dazwischen packen. Hier ist ne Batterie. Warte, warte, warte. Die muss aufgeladen werden. Die muss aufgeladen werden. So. Ah, die kommt in den V-Stuhl rein. Hier links. Easy. Okay, das war easy. Ja, die lädt sich auf. Die geht right round. Die ist voll. Die ist schon voll. Die ist schon voll. Die ist schon voll. Entfernen Sie einfach die Batterie aus der Halter. Nice. Ich merke auch gemein, dass Sie hier links sind. Da geht das deutlich besser hin. What ist das wieder gedreht, du Idiot, deines Apes? What? 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 Weißt du, woran mich der Schreier erinnert hat? Weißt du, dass wenn er zu D2 bei... Ja, stimmt, wenn er aus dem Schlammhaus rauskommt. Das muss ich erstmal... Ich schmeiß dich gleich wieder runter. Nein, das muss ich erstmal drain. Olga... Activated. Activated. Ja, das leuchtet. Das ist genug Licht. Was würd ich hier erwarten? Was würd ich hier erwarten? So, kann ich mich jetzt zu Dr. Einstein machen? Wie heißt der? Frankenstein? Dr. Einstein. Lol, das ist wirklich Frankenstein? Nein. Doch. Nein. Doch. Oh mein Gott, hier ist wirklich Frankenstein. Einfach gesagt. Sieh doch, ich mach Faceshitting. Geil? Connection ist da, jetzt brauchen wir nur noch Strom. Und den machen wir jetzt. Und dann kommt Frankenstein und dann fistet er uns. Hoffentlich nicht. Bist du schon oben? Okay. So ready, wie man ready sein kann. Schnell, guck. Ne, wir müssen nicht ab. Hier, guck. Hier ist noch der Dings. Lebe! So. Oh, der zittert richtig. Oh Gott. Ich habe ein bisschen Angst. Woah! Okay. Er ist einfach weggeflogen. Ja, sehr geil! Will? 扶贅 eine Mäden. Jetzt kommt die ersten Jungs in den昨ун. shameless Pierre. Jesus immer gehe solltest du nicht zur Deshalb das. Bei mir an. Das ist hier.